Im letzten Video haben wir verkettete Funktionen und die Arbeitsweise mit Excel kennengelernt. In diesem Video betrachten wir nun das Verketten von Funktionen in R. Wir nehmen die Beispieloperation 2 mal 5 minus 3 hoch 4. In der Funktionsnotation können wir das auch als Differenz von Produkt von 2 und 5 und Potenz von 3 und 4 schreiben. Alternativ können wir die Operation als die folgende Funktionskette schreiben. Produkt und Potenz wird verkettet mit Differenz von 2, 5, 3 und 4. Genau wie Excel hat R auch keine Differenzfunktion. Das ist kein Problem, denn wir können uns mit der gleichen Funktionskette behelfen, die wir schon in Excel eingesetzt haben. Das war Produkt und Potenz verkettet mit Produkt von minus 1, verkettet mit Summe von 2, 5, 3 und 4. Das können wir leicht in R-Funktionen übersetzen. Aus Summe wird Sum, aus Produkt wird Prod. Diese beiden Funktionen sind identisch zu den Excel-Funktionen Summe und Produkt. Dabei behalten wir im Hinterkopf, dass in R die Funktionen Prod und Sum nicht den Operationen Mal und Plus direkt entsprechen. Vielmehr stellen diese Funktionen für die mathematischen Symbole Groß-Pi und Groß-Sigma. Anders als Excel hat R auch keine Potenzfunktion, sondern nur einen Potenzoperator. Das ist zum Glück kein Problem, denn in R sind nämlich alle Operatoren auch heimlich Funktionen. Wir können also die Potenzfunktion einfach durch Zuweisung erzeugen. Dazu schreiben wir in eine Codezelle Potenz ist gleich Akzent Dach Akzent. Jetzt können wir Potenzen genau wie in Excel berechnen, indem wir zum Beispiel Potenz von 2 und 3 aufrufen. Die Funktionsverkettung wurde erst in Modern R eingeführt. Weil auf der Tastatur das Kringelsymbol nicht vorhanden ist, wird stattdessen der Operator %größer% verwendet. Das ist R's Verkettenoperator. Damit wir diesen Operator verwenden können, müssen wir zuerst die Tidyverse-Bibliothek importieren. Der Verkettenoperator ist allerdings nicht ganz identisch mit dem formalen Verkettenoperator, den wir mit dem Kringelsymbol bezeichnen. Stattdessen übergibt dieser Operator den Wert von der linken Seite als ersten Parameter an die Funktion auf der rechten Seite des Operators. Für unsere Zwecke reicht das vollkommen. Wir können also die folgende Funktionskette schreiben. Potenz von 2 und 3 wird verkettet mit Produkt von minus 1. Das ist das gleiche wie die Operation Produkt von Potenz von 3 und 4, minus 1 oder 3 hoch 4 mal minus 1. Das sieht auf den ersten Blick nicht nach einer Verbesserung aus und für einfache arithmetische Ausdrücke trifft das sicher auch zu. Die Kettennotation ist bei komplexen Ausdrücken aber wesentlich einfacher zu lesen und wir können damit komplexe Funktionen in überschaubare Teilprobleme zerlegen und isoliert behandeln. Kommen wir nun zu unserer kompletten Verkettungsfunktion zurück. Das war Produkt und Potenz verkettet mit Produkt von minus 1, verkettet mit Summe von 2, 5, 3 und 4. In R können wir das fast genauso schreiben. Nämlich Prozent größer Prozent für das Verketten noch einmal. Das kann man jetzt nicht mehr wirklich gut lesen. Wir können das jedoch verbessern, indem wir die Reihenfolge der Summanden am Anfang der Funktionskette umstellen. Das ist wegen der Kommutativität der Addition in Ordnung. Daraus folgt die Formel Jetzt steht die eingebettete Funktionskette als erster Parameter in der C-Funktion. Deshalb können wir nun diesen Teil ausklammern und eine neue Funktionskette schreiben. Die heißt, Potenz von 3 und 4 wird verkettet mit Produkt von minus 1, wird verkettet mit C von Produkt von 2 und 5, verkettet mit Summe. Wir sehen jetzt fast die gleichen Teiloperationen wie in Excel bzw. das würden wir sehen, wenn nicht alles in einer Wurst stehen würde. Und das verbessern wir jetzt. In R dürfen wir Operationen nämlich über mehrere Zeilen verteilen, sofern die Operation nicht abgeschlossen ist. Wir können also hinter jedem Verkettenoperator einen Zeilenumbruch einfügen. Damit merkt er, dass die Operation noch nicht abgeschlossen ist. Damit wir das auch leicht erkennen können, fügen wir vor dem nächsten Schritt noch einen Tabulator ein. Jetzt sind die verketteten Arbeitsschritte schön als Verbund erkennbar. Gewöhnen Sie sich dieses Aufteilen von verketteten Operationen über mehrere Zeilen an und vergessen Sie das Einrücken nicht. Das erleichtert Ihnen das Lesen Ihres Codes. Fassen wir zusammen. Er hat einen Verkettenoperator, mit dem wir fast 1 zu 1 die formale Schreibweise für Funktionsketten übernehmen können. Mit dem Verkettenoperator können auch komplizierte Funktionsketten gut lesbar dargestellt werden. Die einzelnen Teile können wir isolieren und getrennt untersuchen. Dadurch wird unser R-Code lesbar und nachvollziehbar. So können wir Fehler leichter finden und beheben sowie unsere Logik bei Bedarf schnell erweitern.